Und? Bereit für deine erste Fahrt? Für meine erste Fahrt mit einem Elektroauto. Mit Gefühl, Papa. Bist versichert. Darf ich fahren? Ich bin doch schon seit 25 Jahren dein Chauffeur. Komm, Papa. Nur Spaß. Ist auch versichert. Worauf wartest du? Einfach los. Das ist ein Elektroauto. Kein Raumschiff. Akku ist voll. Los geht's. Und wenn ich mal liegen bleibe? Ist. Auch versichert? Ja. Sogar mit Mobilitätsschutz. Das heißt, du kommst überall weg. Cool. Stopp. Logo ist auch versichert, ne? Ja. Und wenn wir unfallfrei bleiben, gibt's auch noch 15% Prämie zurück. Dann ist es ab jetzt meine neue Shopping-Car. Elektroauto. Innovativ versichert. Helvetia e-Car. Check das mal. 36 Monate Kaufpreisschutz. Keine Hochstufung bei einem Schaden. Mit Leistungs-Update-Garantie und ohne Leistungsobergrenzen. Sogar eine Fahrer-Unfallversicherung ist mit drin. Und falls das Auto gehackt wird, ist es auch versichert. Alter. Hey. Einfach, klar, Helvetia.